Hallo Leute! Willkommen zu einer kleinen Runde. Billard mit dem... Holynator! Ja, ich liebe Billard. Ich liebe dich dafür, dass du mich rausgeordert hast. Und jetzt fang an, ich will dich fertig machen. Okay, warte, wir warten noch bis 20 und... Go! Warten bis 20. Ist das Counter-Strike hier oder was? Wolltest du eine Smoke-Granade warten um 20? Genau, genau. Nein, 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 nein. Du musst reinballern. Was, was, was? Die goldene Regel. Einfach reinballern? Ja, einfach irgendwo so viele wie möglich treffen und reinballern. Und... Wie ist es eigentlich letztens ausgegangen? Wer hat gewonnen? Weißt du das noch? Du. Ich. Ziemlich sicher, ja. Ich weiß, ich wollte es nur noch mal hören. Also wir hatten die Regel, dass wenn noch keiner irgendwie eine Kugel reingemacht hat, dass man dann noch mal irgendwie reinballert, bis es irgendwann zufällig passiert. Boller ich denn jetzt? Ich probiere mal so. Nicht in Richtung 8. Oh. Bam! Jetzt hast du die halben, alles klar. Das ist ne Kampfhandsacke. Warum siehst du so komisch aus? Hast du mal deinen Avatar gecheckt? Also, ähm, ne, das sollst du. Keine Ahnung, was es ist. Du bist missing, nur. Ja. Ach, ich bin ja... Mann! Ja, ich hatte die ganze Zeit, keine Ahnung. Alter, ich hasse mein Leben. Schon beim letzten Mal dachte ich mir die ganze Zeit so, hä, was passiert denn hier? So, jetzt bin ich dran. Ja, jetzt bist du dran. Tja, war ne schöne erste Runde. Oh nein. Das muss ich hier schön mit dem, mit dem Rückschlag arbeiten. Warte, wenn ich die 10 versenke, will ich dann rüber zu 11 oder wohin? Ich glaube, ich gehe rüber zu 11, pass auf. Mach ich das so. Und... Oh! Hä? Das ist aber meine. Was? Oh mein Gott! Vor allem, wie es mir auch jetzt voll spät aufgefallen ist. Ach, ach, hups. Oh nein. Und, oh man. Du hast... Okay. Kein Problem, Holly. Oh scheiße, ey. Jetzt sind wir quitt. Nach dem Aufstehen aufnehmen. Ja. Okay, so. Jetzt stecke ich das Kühl irgendwo rein. Oh, ja. Moment, Moment, Moment. Die 11 da hinten, ich könnte sie loslösen, aber dann hast du freie Bahn. Hm. Okay, los geht's jetzt. You touch my tralala. Hm. My ding ding dong. Hm. Okay. So, warte, 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 warte. Bin ich jetzt dran? Nein, 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 nein. Ich habe diesmal richtig versenkt, mein Lieber. Warte, kurz gucken. Okay, jetzt da ja so ein bisschen... So. Und... Go. Yes. Oh. Pass auf, die zwei. Nein, unentschieden. Wie, unentschieden? Achso, du meinst... Ja, Gleichstand. Ja, das wird richtig spannend. Ähm. Mach rein. Bitte nicht die weiße. Okay, scheiße. Okay, das wird hoffentlich klappen. Alter. Alter. Gut, das war's dann mit dem Part. Hey, komm, dass ich deine versenkt habe, war ja noch peinlicher. Außerdem hast du nicht gesagt, was klappen soll. Ach, stimmt. Ja, eben. Eben. Siehst du? Warte mal. Ähm. Ja, passt die vier da jetzt durch? Kann man die irgendwie messen? Kann man nicht direkt in die Ansicht kommen? Die vier? Die vier in der zwölf? Nee, ich denke nicht. Nee, ich denke nicht. Jetzt ist ein Grund, das zu beweisen. Nee, wirklich hast recht gehabt. Haha. Also. Natürlich. Ich hab das, äh, Mathematisch studiert. Ach so, ja. Ah! Genau, genau. Nur die weiße reingemacht. Super. Jetzt hab ich bei den Händen. Hm. Mag bei den in den Händen. So. Ja? Mhm. Mag Runde Sachen. So. Und jetzt. Ja. Ja. Ach man. Kann ich einfach aufgeben. Ja, passt die drei an der zwölf vorbei? Nee, 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 nee. Die drei passt da auch nicht durch. Warte, jetzt muss ich irgendwie verrückt verurspielen. Nee, würde ich auch sagen, dass das nicht geht. Pack die zwei einfach jetzt oben rein. Ja, easy. Locker easy, ja. Müsste gehen. Ins Loch hinter mir. Ins Loch. Go. Hm? Ah, fast. Ganz, ganz knapp. So kann ich jetzt auch mal wieder irgendwie... Ja, okay, dann halt nicht. Och man. Ja, du bist doch dran. Ja, ich weiß, aber... So. Wie liegt denn? Ach Gott, ey. Was mach ich jetzt? Soja, du kannst von der Bande die 14 treffen, sodass sie die 15 trifft und ins mittlere Loch. Hey! Und wie immer einfach nur die weiße rein. Geil. Sehr schön, ist auch alles offen jetzt. Immer wieder gern. Danke. Danke. Guck mal, erstmal die zwei. BAM! Nein! Stehen bleiben, sehr gut. Ähm. Als ob die jetzt doch da oben reinspringen würde. Ne, aber zu weit, weil dann komm ich nicht an die 1 ran. Ach so. Ja, ja, ja. Ich glaube so. Okay, okay. Jetzt wär mein Kiel schon kaputt. Ah! Ja, ich schaff's. Ich bin der Wetter. Hey, jetzt mal schaut's mal. Liegen alle gut? Na ja, alle. Na ja, musst du gut auf die Pfing. 15 stellen. Hä? Ah! Oh! 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 Und jetzt? Ah, ist alles ein bisschen doof. Mhm. Ich würd schon sagen... Ich mach die schwarze rein. Ich mach die schwarze rein. Hab ich auch gesagt. Ach, schade. Ach, Mann. Ähm. 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 Ja, wenn ich die treffe, dann treff ich die. Go! Booyah! Scheiße! Ja, ja! Ha! Ja, los. Komm. Das ist deine letzte Chance. Wobei die 1 ziemlich kacke liegt. Oh, wow. Das kann echt was werden. Ja! Oh, wow. Oh, wow. Oh! Das ist perfekt. Das liegt perfekt, Manu. Ich will dir keinen Druck machen, aber... Jetzt du dann nie. Ha! Ich kann gewinnen. Jetzt oder nie? Nein! Oh, Mann! Okay, wie machen wir das? Ähm. Erstmal so einen kleinen Rückschlag. Mach's gar nicht. Mach's einfach gar nicht. Versteh ich nicht. Wieso? Hä? Und? Ja. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Ja, liegt nicht ganz perfekt für mich, aber... Ah, ich hätte taktisch das spielen müssen. Nein! Oh, ja! Ja! Ich hab gewonnen! Fuck! Geht bis, äh, best of three, ne? Okay. Best of ten. Best of ten. Ja. Du musst, du musst auf neues Spiel drücken. Ach so, es gibt wirklich. Okay. Alles klar. So, und reinballern. Ja, natürlich. Ist ein Zwei-Stunden-Part. Booyah! Ach so. Hm. Ja, die halbe ist drin. Ich hab die halbe, oder was jetzt? Ja. Genau. Alles klar. Das heißt, du darfst nicht mehr reinballern. Glückspilz. Ja! Alter. Ach, manche Züge, ey. Okay. Konzentrier dich. Was hast du gelernt zu Hause? Weißt du, hab ich eigentlich erzählt, dass ich einen kleinen Billardtisch hatte? So einen richtig kleinen. Okay. Oh, 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 okay. Na ja, ich hatte einen kleinen Billardtisch. Haben wir uns geholt. Die Köes waren so groß wie, keine Ahnung, wie mein Oberschenkel. Aber es hat Spaß gemacht. Na, aber es ist auf jeden Fall dann was anderes, wenn du auf einem großen Gerät spielst. Jep. Einen großen Gerät. Ja, wir hatten sogar damals in der Schule einen. Achso. Ja, wir hatten einen, aber das war immer abgeschlossen, der Spielraum. Bastarde. So, und jetzt den da rein. Nein, 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 nein. Alter, du hast schon drei drin? Ne, vier. Fuck! Mann. Oder auch nicht. Okay. Ja, vor allem waren die Bälle so richtig klein und man konnte einfach nur die Mitte treffen. Und nicht so cool mit dem Rückschlag spielen. Sowas, was man halt macht, ne? Wenn man's kann. Ja, wenn man's kann. Oh nein, 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 nein. Nicht dieser Megaschlag. Ich weiß, was dieser Sound bedeutet. Hat geklappt. Ja, ja. Okay, jetzt müssen wir Kaffee in die Wehenspritzen. Oh. Wenn ich mir so müde klinge. Oh. 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 Schade. 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 Hm, wie den hier auch. Der ist ganz knapp an der Bande, da muss ich erstmal... Yes. Oh. Na, warum? Du musst doch warte. Hä? Nimm doch einfach... Nein, den gelben. Was machst du denn da? Nee, das ist doch ein Foul dann. Nein, gibt's nicht. Ist kein Foul? Oh, hier gibt's. Das ist langweilig. Nein, das zerstört mein... Irgendwas. Warte mal. Ich nehm jetzt die Elf. Und spiel mit ihr die 13. Ins Loch. Alter. Hä, wie willst du das denn machen? Fuck. Ja, irgendwie so abprallen. Scheiße. Falsch berechnet. Tja. Da ist dir was entgangen. Nein. Oh, Mann. War's schwarz drin? Nein, deine. Eine. Sehr gut. Dann würde ich sagen, mach jetzt mal eben... Ja, mach mal. Die rein. Alter, ich habe so verloren. Warte. Was ist passiert? Die 13. Hab ich gerade reingemacht. Was ist am 13.? Ich fliege am 13. also. Morgen. Oh oh. Ich hab so Angst. Toll. Danke. Jetzt hast du ein Datum gedacht, wann wir das hier aufnehmen. Super. Toll. So. Am 13. 2015. Keine Ahnung, wann du... Jetzt muss es am 13. 2015 umgehen. Nee, nee. Ist mir eh egal. Die Leute... Ich habe ja auch schon tausendmal auf Twitter geschrieben. Ja, Leute. Gerade eben die 40. TTT-Folge vorproduziert. Und geschnitten. Ja, das geht ja auch einfach wie fast jeden Tag spielen und da zwei Stunden. Da kommt ordentlich was zusammen. Genau. So viel spielen wir. Ich wünschte, es wäre so, aber so ist es leider nicht. Äh. 13. Ich gewinne. Ja, ja. Sieht gut aus. Ey, die liegen wieder perfekt für dich. Jetzt guck mal. Boah. Du verdammt Glückspilz. Glückspilz. Nicht schlecht. Glückspilz. Hab ich mir extra alle so gelegt. Was ist denn los mit dir? Boah, sorry. Nein. Oh, da verkackt er natürlich das Stellungsspiel. Oder auch nicht. Denn einfach so machen, ne? Aber du hast nicht gespielt. Nein. Nein, ich hab... Alter, wie kacke. Ja, gut dann. Okay, okay. Okay, warte. Da rein. Unfair. Unfair. Nein, nein, nein. Warte, warte. Vielleicht rutsch ich noch aus. Und er lässt sich noch Zeit. Er lässt sich einfach noch Zeit. Oh, Mann. Boom. Okay, komm. Noch ein Spiel. Los geht's. Einer muss gewinnen. Einer muss gewinnen. Anders geht's nicht. Ah. Oh. Mach die 13 bitte direkt weg. Okay. Dann die halbe. Oh, ja. Oh, ja. Immer alle rein, Leute. Und jetzt? Oh, ja. Immer alle rein. Oh. Und jetzt. Okay. Jetzt wird's etwas schwieriger, meine Lieben. Über die Bande. Die Elf. Die Elf. Über die. Die Liebep. Alter. War aber nicht ge... War geplant. Mhm. Ja, hab ich... Nicht anders erwartet. Alter. Mhm. Perfekt. Okay, okay. War auch geplant. Mhm. Und jetzt die 14 oben links rein, ne? Oh, Mann. Schade. Das wär echt so krank gewesen. Ja, das wär's. Ähm. Oh, dat hat er nicht gemacht. Dat hab ich gemacht. Mit voller Absicht. Warte mal, jetzt hab ich verkackt. Komm schon, über Bande. Yes. Oh. Was ist das für ne Runde, ey? Ne crazy Runde, ey. Wir holen jetzt unseren Skill raus, weil wir gönnen uns nicht den Sieg. Na, ich glaub, so ist gut. Tja, oder auch nicht. Fuck. Na, wer ist jetzt dran? Ja, am besten musst du die 4 und die 3 für mich lösen. Ah. Ah. Wer denn jetzt? Äh. Gute Frage. Auf geht's, rein da. Ich hab ne Idee, ist sehr riskant, aber ich mach's einfach mal. Wow. Oh, Alter. Du hast dein Leben kurz an dir vorbeiziehen sehen. Ja. Oh, Mann. Ähm. Scheibenkleisterig. Wo mach ich denn jetzt die rein? Warte, irgendwie so, dass ich dann nach dem Schlag, falls es nicht gelingt, du Schwierigkeiten hast. Und zwar so. Richtiger Huren-Move. Oh, Mann. Aber ich kann die Schwarz hier antatschen. Ja, ja. Die kannst du ja antatschen. Und auch reinmachen. Ja. Nein! Du, nein. Oh. Oh. Und da hat der Holly schon wieder gewonnen. Ja, aber was ist das für ein Sieg? Kein, kein Guter. Nee, kein Guter, ey. Das, 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 naja. Selber schuld, ne? Naja, irgendwann mal. Irgendwann wirst du auch mal richtig gegen mich gewinnen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie es beim letzten Mal war, weil das schon acht Monate her ist, aber... Ist auch egal. Ist das so gut für dich? Ja? Ja. Naja, dann guckt beim Holly vorbei, bewertet den Part und dann sehen wir uns bei den letzten Runden ohne Holly. Tschüss. Tschüss.